Alles klar, ich räum schon mal meinen Schreibtisch. Sandra. Mhm, der ist gut. Jetzt geht's rund, erst die Oma, dann der Hund, bis wir zu rüber und let's rock. Boah krass ey, schon wieder gegen mich selbst verloren. Hallo Sandra. Die wird auch nicht gegen sich selbst gewinnen, weil Sandra ist. Es gibt unglaubliche Nachrichten. Bei Snapchat kann man länger als 10 Sekunden Videos aufnehmen. Die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland wird uns gleich besuchen. Ich hoffe, du weißt, wer das ist. Deine Mutter? Was will denn... Da tut sogar Merkel mir leid. Angela Merkel. Also weil sie jetzt auf Sandra trifft. Deine Mutter heißt Angelika Merkel? Nein, Angela Merkel heißt Angela Merkel. Und deine Mutter? Angelika. Angelika Merkel? Ich warne dich, wenn du hier irgendwelchen Quatsch machst, werde ich dich höchst persönlich mit einer guten Note belohnen. Das zeug ich dir von Kreativität. Hallo Frau Bundeskanzlerin. Ja klar, sag was zur Bundeskanzlerin. Wenn ihr Quatsch macht, belohle ich euch mit einer guten Note. Das ist bestimmt das Schulsystem, was ich wollte. Bundeskanzlerin. Guten Tag. Hallo Angelika. Ich möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Die Ähnlichkeit ist aber schon krass, nur dass die viel dünner ist. Kranker Scheiße. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich heute Einblick in ihre Unterrichtsmethoden bekommen könnte. Das ist doch super. Super. Am besten wir machen Sport. Ja Sport ist super. Das kann Sandra auch. Angelika. Ich heiße. Ich glaube nicht, dass Sandra Sport kann. Man hat es ja beim Tanzvideo gesehen. Angela Merkel, nicht Angelika. Sind sie die Mutter vom Lehrer? Das muss ich als Witzkunde gelernt haben. Ich glaube, das kapiert die nicht, aber man muss es aufzeichnen. Witzkunde, ein Unterricht, was wir unterrichten. Sehr guter Witz, Sandra. Angelika, ich kann die Nationalhymne von Deutschland singen. Na was? Der erste Strophe oder was? Ich bin ja mal gespannt. Lass mal hören. Das ist der Ton. Aaaaah. Deutschland, Deutschland. Alles klar. Super. Toll, Sandra. Es reicht auch. Vielleicht unterhalte ich mich jetzt einfach mal mit Sandra allein. Ich finde jetzt schon das ganze Lied gehört und Sandras Interpretation. Anne. Alles klar. Ich räum schon mal meinen Schreibtisch. Sandra. Mhm. Der ist jut. Ich räum schon mal meinen Schreibtisch. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wo 10 am besten ist und 1 am wenigsten. Wie zufrieden bist du mit dem Unterricht an dieser Schule hier? Also dem Unterricht würde ich schon eine glatte 10 geben. Das war eigentlich klar. 10. Ja, aber nur in den Pausen. Wenn der Lehrer da ist, ne 1. Das hätte ich sein können. Das hätte ich sein können. Jetzt hör du mit Sandra dann doch nicht. Maximal ne 1. Maximal. Sandra. Maximal. Sag mir doch mal bitte, was du hier auf dieser. Maximal ne. Eins ist das wenigstens. Ne Karte siehst. Ne Karte. Und was? Ich sehe bunte Felder. Sieht man auf dieser Karte? Farbe. Und was stellt diese Farbe dar? Sieht aus wie ein Kunstwerk des kürzlich verstorbenen Johann Sebastian von Goethe. Sandra. Das ist leider nicht richtig. Ne. Ich bitte dich, dass du dich jetzt nochmal konzentrierst. Sonst bist du hier leider nicht richtig und dann musst du gehen. Sandra muss gehen? Die wird von Merkel persönlich verbannt? Ha. Nicht schlecht. Warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Wäre ich eher aus der Schule rausgekommen? Haha. Haha. Was ist das denn jetzt? Die Frage war zu schwer. Das hast du doch prima gemacht. Ich glaube nicht, dass es da ums Prima machen geht. Ich denke, dass es einfach eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine sehr belastende Situation ist. Entschuldige Sandra. Vielleicht hast du ja auch noch eine Frage an mich. Okay. Ist es vielleicht möglich, dass sozusagen gesetzlich vorgeschrieben wird, dass Sascha mich liebt? Das geht nicht. Ich glaube, es wäre kein schönes Leben mehr, wenn das gehen würde. Natürlich nicht, Sandra. Alles klar, dann bin ich die SPD und nicht die CDU. Dann werde ich ein Gesetz dazu verfassen. Ausge- Das verspricht sie, aber macht sie nicht. Gezeichnet. Du wirst schon sehen, Sascha. Ich krieg dich noch. Dieses Gesetz könnte wirklich sehr interessant werden. Ja. Es wäre geil, wenn dazu noch eine Folge käme. Aber da das schon so lange her ist, glaube ich nicht. Das wäre echt krass. Ich hätte gerne diesen Gesetzesentwurf gesehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt. In diesem Sinne verabschiedet mich und bin damit raus. Bis zum nächsten Mal.